Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus dem British Medical Journal vor. Es geht um die Sterblichkeitsraten, die Exzesssterblichkeitsraten assoziiert mit Covid-19-Pandemie in 2020, Alters- und Geschlechts aufgeteilte Timeserien in 29 Industriestaaten. Im letzten Jahr sind den 29 Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD zusammen etwa eine Million mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Jahre zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Zeitreihenanalyse im britischen Erzeblatt. Von einer Übersterblichkeit verschont blieben nur Norwegen und Dänemark. In Neuseeland ist die Mortalität sogar gesunken. Während der Pandemie sind nicht nur viele Menschen an Covid-19 gestorben. Die Belastung des Gesundheitswesens und auch die Meidung von Arztkontakten aus Angst vor einer Infektion könnten die Sterblichkeit auch an anderen Erkrankungen erhöht haben. Andererseits könnten die Abwehrmaßnahmen wie die soziale Distanzierung auch Todesfälle durch andere Erkrankungen etwa der Grippe verhindert haben. Die Untersuchung der Übersterblichkeit, die durch die Analyse der Todesstatistiken relativ leicht möglich ist, könnte deshalb ein objektives Bild von den Folgen der Pandemie liefern als die von den Gesundheitsbehörden er veröffentlichten Zahlen zu den Corona-Todesfällen. Nasru Islam von der Universität Oxford und Mitarbeiter unter anderem vom Max-Klangs-Institut für demografische Forschung in Rostock haben hierzu die wöchentlichen Mortalitätsdaten aus 29 Mitgliedsländern der OECD, alles Länder mit einem mittleren oder höherem Einkommen, für die Jahre 2016 bis 2020 ausgewertet. Aus der Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2019 wurden in einer Zeitreihenanalyse die für 2020 zur erwartenden Zahl von Todesfällen errechnet und mit den tatsächlichen Werten verglichen. Die Differenz dürfte in 2020 in erster Linie eine Folge der Corona-Pandemie sein, die die Länder unterschiedlich stark getroffen hat. Die fünf Länder mit der höchsten absoluten Zahl an Todesfällen waren die USA 458.000, Großbritannien 94.400, Italien 89.100, Spanien 84.100 und Polen 60.100. Deutschland folgt nach Frankreich 43.500 auf Position 7 der Rangliste mit 25.900 zusätzlichen Todesfällen. Aussagekräftiger ist die Rate der zusätzlichen Todesfälle bezogen auf 100.000 Einwohner. Hier führte Litauen mit 249,42 die Liste der am stärksten betroffenen Länder an vor Polen 204,01, Ungarn 107,80,8, Slowenien 168,7, Spanien 106,6 und den USA 160,28. Deutschland steht mit 29,09 zusätzlichen Todesfällen auf 100.000 Einwohner an Position 24 relativ gut da. Schweden, das auf einen staatlichen Lockdown verzichtet hat, aber auf freiwillige Maßnahmen setzte, liegt mit 91,18 auf Rang 15 noch hinter Italien mit 117,11, das im Frühjahr als erstes OECD-Land von der Pandemie erfasst wurde. In Dänemark und Norwegen hat es laut der Untersuchung keine signifikante Übersterblichkeit gegeben. In Neuseeland kam es mit minus 63,22 auf 100.000 sogar zu einem deutlichen Rückgang. Aussagekräftiger In den meisten Ländern war die Übersterblichkeit in der Altersgruppe der über 75-Jährigen am höchsten, gefolgt von den 65-75-Jährigen. Einzige Ausnahme waren die USA, wo die Übersterblichkeit im erwerbstätigen Alter 15 bis 64 Jahren am höchsten war. In vielen Ländern gab es bei Kindern unter 15 Jahren weniger Todesfälle als erwartet. Dies könnte laut Islam auf weniger Verletzungen, etwa durch Autounfälle und oder Änderungen des Lebensstils und der Umweltfaktoren während der Sperrung, etwa der geringeren Luftverschmutzung zurückzuführen sein. Die Daten bestätigen die Beobachtung, dass Männer stärker betroffen waren als Frauen. In Litauen betrug die Übersterblichkeit pro 100.000 Einwohnern bei Männern 360 gegenüber nur 152 bei Frauen. Bei Übersterblichkeit liegt in den meisten Ländern deutlich über den von den Gesundheitsämtern erfassten Todesfällen. In Polen und Slowakei war sie mehr als doppelt, in Estland mehr als dreimal und in Südkorea sogar mehr als viermal so hoch. In Belgien, Deutschland, Frankreich, Israel und der Schweiz wurde dagegen eine höhere Anzahl von Covid-19-Todesfällen gemeldet, als die geschätzte Übersterblichkeit erwarten lassen würde. In Deutschland 30.297 gemeldete Covid-19-Todesfälle gegenüber einer Übersterblichkeit von 25.900 Personen. Hier noch eine Abbildung, links Tote in 1.000 und hier die Rate per 100.000. Wir sehen hier Litauen führt und hier unten ist Deutschland mit der doch relativ niedrigen Rate, dahinter Finnland, Südkorea, Dänemark, Norwegen und Neuseeland sogar mit einer Untersterblichkeit. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen im British Medical Journal.